Nehmt alles mit! Erbeutet, was ihr könnt! So. Munitionskarren jede Menge. Erobert das Ziel! So, die können wir mal nach Hause schicken. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Irgendwo, wo sie Platz haben. Deswegen, Markus, nimm bitte hier das Territorium ein. Verstanden! Sofort! So, jetzt haben wir mehr als genug Munitionskarren. Ach, Unterhaltung sollte doch eigentlich genug da sein. So, euch ausbauen. Dich mal ausbauen. Vielleicht können wir Markus noch zum Erzherzog in der Mission machen. Ei! Sofort! Jawohl! Wie ihr wünscht! Zwei Trupps könnte ich theoretisch noch, aber für die Garnison reicht das erstmal, was ich hab. Oh, den Tischler hab ich ganz vergessen. Oh, ich hab so wenig Holz. Auch mal was Neues. Also ja, der Steinbruch und die Eisenmine hier oben werden bald erschöpft sein. Kann ich von irgendeinem Verbündeten eigentlich Eisen handeln? Ja, könnte ich theoretisch. Ich hoffe mal nicht, dass ich's muss. Ich hoffe mal, dass, wenn ich die Eisenmine zur Not noch einnehme, dass es dann reicht. Oh, ich bin hier übrigens falsch. Ich muss noch da unten... Wie ihr wünscht! Weil hier oben kann ich nämlich nicht angreifen. Ja, Banner sind vollständig aufgehängt. Wir haben ein Territorium eingenommen. Sehr gut. Festigen wir das lieber auch mal. Habe ich eigentlich das hier unten befestigt? Ne, könnten wir auch mal machen. Und die anderen beiden hier drüben, das ist befestigt. Das hier. Geht auch befestigt aus. Hab' auch ein bisschen angeknuckst. Unsere Trebuchets greifen die östliche Garnison an. Ein Sieg dort würde uns einen großen Vorteil verschaffen. Unsere Verbündeten haben den Hafen erreicht und greifen die östliche Garnison an. Es wird Zeit, sie endgültig zu vernichten. So, die Trebuchets... ...von Alantra. Hauen das Ding weg. Da kommen wieder die Verstärkungsdruppen, die nichts bringen. Und da können wir angreifen. Alles klar. Sofort. Jawohl. Verstanden. Angreifen gut. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Verstanden. Verstanden. Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! So, wie sieht's aus? Der Tischler. Alles klar. Den Außenposten einnehmen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ei! Die Garnisonen sind geschlagen. Nun haben wir leichteren Zugang zur Stadt Rosotorris. Wir müssen uns beeilen. Die drei Garnisonen sind gefallen. Unsere Verbündeten scharen sich um unseren Banner. Es wird Zeit, die Stadt des Roten Prinzen zu vernichten. Ja, da könnte der Rote Prinz langsam Axt kriegen. So. Jetzt haben wir erst einmal... Tür. Wir werden Gebäude sorgen. Wie ihr wünscht. Sofort. Alles klar. Ah, weil Rosotorris selber zu erobern könnte noch ein bisschen anstrengend werden. Schon unterwegs. Alles klar. Sofort. Ei. Alles klar. Alles klar. Erstmal müssen wir dafür das Umland erobern. Es gibt kein Zurück. Da sind Bogenschützen. Tötet sie bitte. Alles klar. Zum Angriff. Zum Angriff. Die Wegfindung in diesem Spiel ist mir immer so berauscht. Aber ich wage es trotzdem, das Spiel. Vorwärts. Also den Aufbau teilen auf jeden Fall. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, dann warten wir mal, bis die Garnison geheilt ist. Auf euren Befehl. Verstanden. Das finde ich interessant. Eigentlich sollte da noch ein Stein sein. Alles klar. Ein Steinbruch ist erschöpft. Ja, so eher. Alles klar. Eine Eisenmine ist erschöpft. Verstanden. So, Datenlimiter rein. Super. Das ist okay. Alles klar. Kämpft weiter. So. Bogenschützen. Würdet ihr die Bitter bitte runterholen? Ja, schick. Angriff. Jawohl. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, nächstes Territorium. Hier hätten wir sogar noch Eisen aus der Eisenmine. Aber ich denke, das brauchen wir nicht. Also wirklich. Verstanden. Verstanden. Alles klar. Auf euren Befehl. So, Munitionskaren haben wir. Haben wir bald wieder genug für noch mehr Katapult? Ei. Verstanden. Verstanden. Naja, Rosatoris selber angreifen, das wird dann ein Spaß. Alles klar. Jawohl. Ei. Jawohl. Ei. Wie ihr wünscht. Jawohl. Auf euren Befehl. Verstanden. Ja, ich muss die wirklich ein bisschen microphone managen, sonst taugt das nix. In den Kampf. In den Kampf. Angriff. Nicht aufgeben. Stürmt los. Auf euren Befehl. Zum Angriff. Jawohl. Außenkosten ein. Gut. Du. Du und du. Und ihr zwei. Eigentlich auch ihr da oben, oder? Sofort. Sofort. Also du, 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 du. Du, du, du. Also ja, ihr. Mehr Schwertkämpfer. Noch ein Katapult. verstanden jawohl und ja dann zeige ich euch mal was da noch vor uns liegt schon unterwegs alles klappt da rosa thomas deswegen hätte ich gerne mindestens fünf katapulte hier egal wo wir versuchen werden durchzubrechen es wird unschön so die kann nicht mehr soldaten auch gut auf euren befehl so ich muss eigentlich in seine stadt eindringen und entweder das lagerhaus oder die kirche pläten das ist eigentlich alles was wirklich wichtig ist und zählt